Der 1. FC Union Berlin hat seine Zusammenarbeit mit Cheftrainer Uwe Neuhaus vorzeitig verlängert. Wie der Verein mitteilte, läuft der neue Vertrag bis Ende Juni 2016 und gilt für die Bundesliga und die 2. Bundesliga. Seit 2007 steht Neuhaus bei dem Tabellenvierten in der 2. Liga unter Vertrag und löst nach Vereinsangaben in wenigen Wochen den bisherigen Rekordhalter Heinz Werner als längsten amtierenden Trainer seit Clubgründung ab.